Yo Leute, was geht ab? Ich bin wieder Masako, ja bester Freund. Woche 7 in Season 5 ist nun draußen, meine lieben Freunde. Und für diejenigen, die es schaffen, ratzfratz alle Herausforderungen zu beenden in Woche 7, zeige ich jetzt schon mal, wo ihr den Stern findet, den geheimen Battle Pass Stern. Ich werde es euch jetzt auch anhand dieses Ladebildschirms zeigen. Immer wenn ihr alle Herausforderungen einer Woche abgeschlossen habt, kriegt ihr als Bonusgeschenk so einen neuen Ladebildschirm. Da steht dann Hashtag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je nachdem welche Woche das ist. Auf jedem Fall, auf dem Ladebildschirm für Woche 7 seht ihr dieses Bild hier und man kann ganz leicht hinten den Battle Pass Stern entdecken, meine lieben Freunde. Das ist hinter diesem Motel Schild und da fliegen wir jetzt auch genau hin und ich zeige euch jetzt den exakten Punkt, wo es sein wird. Ihr müsst es einfach 1 zu 1 abgleichen und dann seid ihr schon direkt am richtigen Ort. So Freunde, hier seht ihr es, ich bin in der exakten Position. Hier ist das Motel Schild und da hinten, wo ich gerade hinziele, da oben drauf ist der geheime Battle Pass Stern. Und so kommt man eigentlich immer darauf, die zu finden, Leute. Ist halt so eine Art Rätsel und soll halt für Spaß und Unterhaltung sorgen. Hier genau ist der Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen, meine lieben Friends. Sammelt ihn ein, holt euch diese Battle Pass Punkte, die ihr bitter nötig habt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Natürlich findet ihr auch die Lösungen zu alle Woche 7 Herausforderungen auf meinem Kanal, auch zu den zukünftigen. Ihr könnt gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren, nicht vergessen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video. Passt auf euch auf, bleibt sauber, bleibt üben und denkt immer daran, in jedem von uns steckt ein kleiner Mastag. Bis zum nächsten Video.